Was ist ein Trauma und wie werden wir es wieder los? Mein Name ist Flores Weber, ich bin ärztlicher Hypnose-Therapeut und Hypnose-Ausbilder und wir werden heute Schritt für Schritt klären, was ein Trauma eigentlich ist und ich werde dir auch einige Lösungswege aufzeigen, wie du deine eigenen Traumatisierungen auflösen und wieder loswerden kannst, beziehungsweise wenn du ein Therapeut bist oder ein Heiler bist, wie du anderen Menschen dabei helfen kannst, Traumatisierungen Step by Step abzubauen und den Menschen wieder zu befreien und in sein ursprüngliches Glücksgefühl zurückzuführen. Trauma ist per se ein als lebensbedrohlich wahrgenommenes Ereignis. Das heißt, eine Kerncharakteristik eines Traumas ist, dass wir uns wirklich in unserer Existenz bedroht fühlen, also irgendein tiefergehender Aspekt von uns, ein Gefühl sagt, das ist jetzt gerade total schrecklich und es könnte sein, dass ich jetzt in diesem Moment oder gleich sterbe. Das heißt, sowas wie Raubüberfälle, Kriege, aber auch sexueller Missbrauch und andere Situationen, die das Potenzial haben, dass wir uns in unserer Existenz wirklich bedroht fühlen, existenziell bedroht fühlen, das Gefühl haben, jetzt könnten wir gleich sterben oder umgebracht werden. Je nachdem, das ist in der klassischen Sichtweise ein Trauma. Jetzt gibt es aber auch noch einen weiteren Bereich, der auch von vielen Heilern und auch Autoren als Trauma bezeichnet wird, nämlich der Bereich, wenn ein Mensch emotional verletzt wird und die emotionale Verletzung persistiert, also irgendwo im Emotionsgedächtnis im Menschen abgespeichert bleibt und später im Leben dadurch auch einen sehr starken Einfluss auf das Leben des Menschen haben kann. Vielleicht in dem Sinne davon, dass er suchtkrank wird, dass er anfängt zu trinken, zu saufen oder Drogen zu nehmen. Vielleicht dadurch, dass er in schädliche Beziehungsmuster reinkommt, wo er sich vielleicht selber zerstört oder wo er den anderen Partner zerstört, dass er möglicherweise psychische Erkrankungen, also Traumafolgeerkrankungen entwickelt, wie Angststörungen oder Depressionen oder auch die posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, man kann natürlich per se Trauma als Begriff sehr eng fassen und man kann sagen, nur das, bei dem der Mensch sich wirklich in seiner Existenz bedroht gefühlt hat, ist ein Trauma. Aber ich persönlich bin eher Anhänger davon zu sagen, all das, was letztendlich in der Psyche seine Spuren hinterlässt, einen Menschen sehr stark verletzt oder sehr stark belastet, also letztendlich eine Form von emotionaler Wunde darstellt, all das ist auch als Trauma zu sehen und letztendlich als Trauma zu bearbeiten. In meiner Praxis habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, unter den Spätfolgen von dieser Erfahrung leiden. Das hängt damit zusammen, dass natürlich unser Unterbewusstsein und letztendlich auch unser Gehirn bestimmte Dinge, die uns passieren, als relevant oder als irrelevant wahrnimmt. Manchmal heißt es ja so schön, es ist alles bei uns im Unterbewusstsein abgespeichert, aber das ist nicht der Fall, sondern unser Gehirn ist ja wie so eine Art Arbeitsspeicher und der muss letztendlich auch Informationen rauslöschen, die keine hohe Relevanz haben. Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, was hast du vor 15 Jahren am Donnerstag zum Abendessen gegessen, dann wirst du sagen, überhaupt gar keine Ahnung. Ich kann mir das ja normalerweise nicht mal drei, vier Tage merken, was ich noch vor einer Woche gegessen habe. Und dann merkst du schon einen Wirkmechanismus unseres Gehirns, nämlich dass unser Gehirn die Tendenz hat, Erfahrungen, die keine hohe emotionale Relevanz haben, einfach rauszulöschen, wieder aus dem Unterbewusstsein rauszubefördern und dementsprechend wird das gemerkt, was eine hohe emotionale Relevanz hat. Kennst du sicher auch aus deinem Leben, dass es vielleicht mal bei dir in deinem Leben Tage gegeben hat, die für dich besonders schön gewesen sind. Vielleicht bist du gerade mit ein paar Freunden irgendwo im Sommer am Baggersee gewesen oder warst Eislaufen und irgendwas an diesem Moment war für dich einfach so schön, so friedlich, so bereichernd, dass dein Unterbewusstsein gesagt hat, wow, das ist jetzt echt wirklich so ein richtiger Schlüsselmoment für mich. Und dann wird das Gefühl abgespeichert und dein Unterbewusstsein sagt dir, hey, das war jetzt gerade so schön für dich gewesen, das merkt dir mal bitte. Genauso leider auch umgekehrt, dass unser Gehirn sich automatisch Momente merkt und natürlich auch die mit den Momenten verknüpften Gefühle merkt, die für uns sehr dramatisch gewesen sind, die für uns sehr belastend gewesen sind. Ich habe zum Beispiel vor Jahren mal eine Patientin behandelt, die wurde als Kind entführt, die war auf einem Spielplatz, wurde von einem Mann entführt, irgendwo mitgenommen in so eine Art Katakombe und dann nach ein paar Stunden wieder freigelassen. Und wenn sowas Eklatantes passiert, wo man als Kind nicht genau weiß, wie es jetzt weitergeht, nicht genau weiß, was mit einem geschieht und ob man am Ende vielleicht sogar getötet wird, das ist natürlich in einem sehr hohen Maße traumatisch und wird leider vom Gehirn besonders gut abgespeichert. Aus welchem Grund macht unser Gehirn das? Ist unser Gehirn unser Feind von uns und möchte, dass es uns schlecht geht? Nein, im Gegenteil, es möchte uns vor Folgeerfahrungen schützen. Natürlich kann es dann entsprechend sein, dass jemand, der in einem bestimmten Kontext etwas erfahren hat, zum Beispiel eine Erführung auf einem Spielplatz erlebt hat, in der Folge nicht mehr alleine auf den Spielplatz gehen möchte und große Angst hat, weil eben das Gefühl sagt, Vorsicht, du bist hier schon mal entführt worden, es könnte nochmal passieren, also schau immer, dass Mama und Papa oder andere Menschen mit dabei sind. Das heißt, die Fähigkeit unseres Gehirns, negative Momente und auch die damit verknüpften Gefühle besonders gut abzuspeichern, dient unserem Überleben. Das heißt, auch die negativen Reaktionen, die mit Trauma einhergehen können, das Schwitzen, das Zittern, die Schuldgefühle, die Angstgefühle, all das in der Körperreaktion und Gefühlsreaktion, die uns später, wenn wir einen Ähnlichkeitsreiz bekommen, wenn wir also wieder auf den Spielplatz gehen oder wieder alleine gelassen werden, uns darauf aufmerksam machen, dass eine große Gefahr drohen könnte. Das ist sozusagen ein Vorteil, das heißt, die Traumareaktionen sind ein Vorteil und helfen uns dabei, das zu vermeiden, was einmal für uns traumatisch gewesen ist. Die Traumareaktionen haben aber auch einen großen Nachteil, und zwar schädigen sie unser Gehirn und sorgen dafür, dass halt eben auch die negativen Gefühle besonders stark zum Ausdruck kommen und natürlich auch eine negative Interpretation der Umwelt und auch der eigenen Körperreaktion zum Tragen kommen. Das heißt, ein Mensch, der keine traumatischen Erfahrungen gemacht hat, der kann einfach glücklich und frei durchs Leben gehen und fühlt sich wohl und ein Mensch, der schon mal entführt wurde oder Opfer von einem Raubüberfall wurde oder von seinem Vater verprügelt wurde oder von der Mutter im Stich gelassen wurde, der ist natürlich sehr feinfühlig und sehr aufmerksam und wird in Momenten, die ähnlich sind zu dem, wo er früher eine traumatische Erfahrung gemacht hat, sofort bemerken, dass der Körper sich halt eben bemerkbar macht durch Angstgefühle, durch Stressgefühle. Und das wiederum kann auch natürlich im Nervensystem persistieren, also bestehen bleiben, so dass der Mensch, der eine traumatische Erfahrung gemacht hat oder vielleicht sogar eine ganze Reihe von traumatischen Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel durch chronischen sexuellen Missbrauch oder chronische Unsicherheit zu Hause, weil ein Elternteil Alkoholiker gewesen ist, es Gewalt gegeben hat oder Liebesentzug gegeben hat, dass sozusagen der Körper und auch das Nervensystem des Menschen dauerhaft in einer gewissen Art Alarmbereitschaft verharren und der Mensch völlig verlernt hat, sich zu entspannen, loszulassen und wieder runterzukommen. Und das hat natürlich mittelfristig einen schädlichen Effekt, weil die Menschen halt sehr stark im Sympathikus sind, wenig im Parasympathikus sind und dementsprechend in einer Art chronischen Übererregung und Anspannung sind, quasi in einer ängstlichen Erwartungshaltung sind, dass das Trauma in ähnlicher Form nochmal geschehen könnte. Das heißt, Trauma und die Traumafolge, also Traumafolgereaktionen sind auf jeden Fall ein Überlebensmechanismus, der aber irgendwann auch in einem Bereich umschlagen kann, der schädlich ist, der uns letztendlich psychisch krank sein lässt, uns, sag ich mal, einfriert und verhindert, dass wir am Leben regelrecht teilnehmen können. Deswegen ist es auch so wichtig, Traumata nach und nach zu verarbeiten. Jetzt so eine kleine Story aus meiner Jugend, hätte ich fast gesagt. Ich war damals im letzten Jahr von meines Medizinstudiums und wir haben uns nochmal vor dem großen Examen ein paar Monate Urlaub gegönnt. Und ich war in Thailand unterwegs mit einem guten Freund und wir sind mit dem Motorroller verunglückt. Ich habe quasi auf einer sehr steilen Straße die Geschwindigkeit des Rollers unterschätzt und habe dann die falsche Bremse gezogen und wir sind abgeschmiert und über so einen Schotterweg rübergerutscht mehrere Meter. Und auch heute noch, obwohl das schon fast 20 Jahre her ist, ist es so, dass ich hier aus meinem Unterarm von Zeit zu Zeit so kleine Splitter rausoperieren kann, die quasi an die Oberfläche kommen von dieser körperlich und auch geistig traumatischen Erfahrung. Und genauso kann es auch eben mit dem Trauma sein, dass du irgendwann mal ein Trauma erlebt hast oder eine Reihe von Traumatisierungen erlebt hast und es die Psyche nach und nach alles ausspuckt, natürlich auch mit dem Ziel, die Traumafolgen zu lösen und dazu beizutragen, dass du wieder in Seelenfrieden kommst und dich wieder ruhig fühlst und dich wieder sicher fühlst. Generell ist es so, dass mehr oder weniger alles im Leben dazu beitragen kann, dass traumatische Lebenserfahrungen reaktiviert werden können. Das kann ein Kommentar sein von deinem Partner oder einem Lehrer oder einem Vorgesetzten. Das kann sein, dass es eine Hupe eines Autos ist. Es kann sein, dass du eine spezifische Musik hörst, einen Geruch hörst, eine Tür zuknallt oder so. Das heißt, wenn du irgendwann mal traumatisiert wurdest, dann kann es auf jeden Fall so sein, dass es zu einer Reaktivierung der Trauma-Inhalte kommt, auch im realen Leben. Und das wiederum sollte man nutzen, um mit einer Traumatherapie zu beginnen und letztendlich dem Trauma auf die Schliche zu kommen und nach und nach die mit dem Trauma verknüpften Gefühle aufzulösen. Dazu musst du wissen, dass natürlich häufig nicht nur ein einziges Gefühl abgespeichert wird, wenn es zu einer Traumatisierung gekommen ist, sondern zu einer ganzen Reihe von Gefühlen. Vielleicht erst mal zu dem Gefühl von Angst, dann zu dem Gefühl von Schuld, dann zu dem Gefühl von Trauer, dann zu dem Gefühl von Ohnmacht. Und Teil einer Traumatherapie kann sein oder wird sein, diese ganze Reihe, diesen Mischmasch aus Gefühlen, den du oder jemand anderes in einer traumatischen Situation erfahren hat, nach und nach aufzulösen und zu bearbeiten. Hier gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Bei dem einen steht vielleicht mehr das Schuldgefühl im Vordergrund, bei dem anderen vielleicht mehr die Angst, bei dem anderen mehr die Trauer. Ist also was sehr Individuelles, ist natürlich abhängig von dem Erlebnis, das wir erfahren haben und natürlich auch abhängig von dem Reaktionsmuster. Weil ja nicht jeder Mensch gleich reagiert. Der eine Mensch spürt vor allem, sage ich mal, primär Wut, der andere primär Schuld. Das heißt, es ist immer so eine Art Wechselspiel aus der eigentlichen traumatischen Erfahrung und dem persönlichen, individuellen Reaktionsmuster, das wir letztendlich als Antwortreaktion auf das Trauma generieren. Bei der Traumalösung ist es wichtig, mit Trance-Verfahren zu arbeiten. Du wirst im Regelfall in der normalen Wachtherapie nicht tief genug in die Traumainhalte reinkommen und du hast auch den Nachteil, dass im Wachzustand der Verstand sehr stark aktiviert ist und der Verstand hemmt immer die Fühlwahrnehmung. Deshalb bin ich ein großer Verfechter davon, Menschen zu hypnotisieren, also erstmal eine hypnotische Trance herbeizuführen und dann im Rahmen von der Trance-Arbeit Gefühle zu erspüren und nach und nach aufzulösen, weil wir halt eben im Wachzustand sehr viel sprechen können über das Trauma, ohne das Trauma wirklich lösen zu können. Und außerdem ist es auch so, dass wenn wir im Wachzustand über das Trauma sprechen, dass wir eine sehr starke Limitierung dadurch haben, dass wir halt, sag ich mal, gedanklich das Problem betrachten, aber nicht genau wissen, wo der Hase wirklich im Pfeffer liegt. Und letztendlich, wenn man mit Hypnose arbeitet, dann kann man halt eben direkt mit dem Unterbewusstsein arbeiten und kann schauen, welche Traumainhalte überhaupt preisgegeben werden, wie die Reihenfolge ist und wie stark auch die Intensität von Gefühlen ist. Wenn wir jetzt im Wachzustand arbeiten würden, dann könnte ich bloß mutmaßen, wie stark die Traumatisierungen gegenüber sind. Ich wüsste auch nicht genau, welche Erfahrung, wie stark Traumatisierungen überhaupt gewesen ist. Aber ich sage immer, die Wahrheit sieht man in der Hypnose, weil man in der Hypnose das Unterbewusstsein arbeiten lässt und dann merkt, ah, das Unterbewusstsein geht jetzt in diese Richtung hinein, zeigt uns diese Bilder, lässt uns diese Erfahrung nochmal wieder leben, mit dem Ziel, die festgehaltenen Gefühle zu lösen versus unser Unterbewusstsein geht vielleicht in eine ganz andere Richtung. Das heißt, wenn wir mit Hypnose arbeiten, dann lassen wir nicht nur den Verstand entscheiden, wo es hingeht, im Gegenteil, der Verstand wird quasi in Urlaub geschickt und wir arbeiten direkt mit dem Unterbewusstsein und können dessen Heilkraft nutzen, um die Traumainhalte aufzulösen und gewissermaßen auch wieder zu löschen. Wir können natürlich nicht das, was geschehen ist, ungeschehen machen, aber wir können die belastenden Gefühle, die im Rahmen von einer Traumatisierung entstanden sind und im Unterbewusstsein abgespeichert wurden, durch eine Hypnose zugänglich machen und Step by Step auflösen. Und das Gute ist, vielleicht hat ja der ein oder andere auch Angst vor Retraumatisierung, es gibt ja sehr viele Therapeutenschulen, die eine sehr große Angst davor haben, dem lass gesagt sein, dass das Unterbewusstsein auch selber dosiert, was es uns zeigt, in welcher Reihenfolge es uns zeigt und auch wie stark die Gefühlsreaktionen sind. Natürlich ist es im Regelfall so, dass wenn die Menschen negative Gefühle abreagieren im Hypnosezustand, dass dabei auch sehr starke Körperreaktionen zum Tragen kommen, dass sie vielleicht schwitzen, dass wir zittern, dass der ganze Körper mitreagiert oder uns die Tränen aus den Augen rausschießen. Ja, kann alles sein, aber unser Unterbewusstsein dosiert gewissermaßen für uns auch, wie viel es uns zeigt an einem spezifischen Tag. Das heißt, wir haben eigentlich einen mächtigen Verbündeten, wir müssen nichts anderes tun, als letztendlich raus aus dem Verstand zu kommen und das Unterbewusstsein direkt zu benutzen, um Traumatisierungen nach und nach wieder zu erspüren und die damit verknüpften Gefühle aufzulösen. Wenn das für dich persönlich spannend klingt, wenn du als Therapeut tätig bist, vielleicht als Heilpraktiker für Psychotherapie und Traumatherapie durchführen möchtest, dann melde dich gerne bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann können wir dir zeigen, wie du die auflösende Hypnose in deine Praxis ganz wundervoll integrieren kannst und wie du Traumatherapie mit auflösender Hypnose durchführen kannst. Für den Fall, dass du selbst jemand bist, der betroffen ist, empfehle ich dir erstmal mein Buch Schwieriges Kindheit, schwierige Kindheit, glückliches Leben. Auch diesen Link findest du unterhalb von diesem Video oder dann gleich eins meiner Retreats. Wir machen das immer so, dass wir sechs Tage zusammen in einen Heilkreis gehen, hier in der Nähe von Hamburg, wo du dich mal ganz fallen lassen kannst und von mir und mehreren anderen erfahrenen Heilern betreut wirst. und dich ganz auf deine Themen einlassen kannst und wir letztendlich auch dir dabei helfen können, die alten Wunden mit auflösender Hypnose und spezifischen Zeremonien und Anwendungen zu heilen. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, dein Floris. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.